So braucht der Körper eigentlich Kollagen. Ja, Kollagen, das Wort ist in aller Munde. Es ist ein Protein, ein Strukturprotein. Wir brauchen Input von außen. Dann ist natürlich unglaublich wichtig, dass man unter anderem Kollagen zuführt. Aus verlässlichen Quellen, mit guter Qualität. Ich lasse mir GLO25 nach Hause fangen und beginne meinen Selbstversuch.